Wie ist das Thema gebrochenrationale Funktion? Eine gebrochenrationale Funktion sieht so aus. Das erkennt ihr gleich, praktisch als so ein großer Bruch, wo dann in der Regel oben praktisch so ein einzelner Funktionsterm steht und unten nochmal. Bei einer gebrochenrationale Funktion hat die Definitionsmenge eine Bedeutung. Definitionsmenge, das sind ja alle die x-Werte, die man in die Funktion einsetzen darf. Bei den meisten Funktionen darf man eigentlich für x alle Werte einsetzen. Bei der Funktion aber, bei allgemein gebrochenrationalen Funktionen, ist das dann nicht mehr so einfach. Hier zum Beispiel dürfen alle reellen Zahlen außer der minus 2 eingesetzt werden. Warum darf die minus 2 nicht eingesetzt werden? Weil sie im Nenner zum Wert 0 führt. Wenn ihr für x minus 2 einsetzt, habt ihr im Nenner ja minus 2 plus 2 0. Dann habt ihr also die Situation, irgendwas steht oben, der Bruchstrich ist ja sozusagen geteilt, unten eine 0 und irgendwas durch 0 kann man nicht teilen. Und damit ist die Funktion dann an der Stelle nicht definiert. Also minus 2 darf nicht eingesetzt werden und gehört dann nicht zur Definitionsmenge. Genau. Und gerade an so einer Stelle, x gleich minus 2, da fragt man sich natürlich, wie sieht denn dann da das Schaubild aus, wenn sonst alle Werte erlaubt sind, aber die minus 2 nicht. Und dann sind wir schon bei diesem Thema her, Untersuchung auf senkrechte Asymptoten. Also, da gibt es eigentlich drei Fälle. Schauen wir uns mal diese Funktion hier an. Die hat natürlich alle x-Werte dürfen eingesetzt werden, also die Definitionsmenge besteht aus alle reellen Zahlen, außer natürlich der 1. 1 darf ich nicht einsetzen. Okay, und dann schauen wir uns mal an, wie sieht denn das Schaubild von der Funktion aus. Interessant ist natürlich, das ist so zweigeteilt hier. Interessant ist natürlich, wie sieht es denn dann um die 1 herum aus. Ich habe mal beispielhaft so zwei x-Werte mal eingesetzt, wenn ich den y-Wert zu 0,9 berechne. Das ist der Funktionsterm. Und setze ich 0,9 für x ein, dann habe ich im Zähler 1 und im Nenner 0,9 minus 1, ich hoffe, ihr könnt es lese, minus 0,1 minus 10. Aha, also bei 0,9 x ist die Funktion schon ziemlich weit unten. Was passiert rechts von dieser Definitionslücke? 1,1 setze ich ein. 1 durch 1,1 minus 1 ergibt 1 durch 0,1 ergibt 10. Also die Funktion hat hier ganz stark positive Werte. Wenn man sich das anschaut, dann gibt es hier praktisch eine senkrechte Asymptote, eine Näherungsgerade, der sich das Schaubild annähert. Also wenn man ganz nah an die 1 hingeht, dann geht dieser Ast hier immer näher an diese senkrechte Gerade hier hin. Und hier genauso. Das ist dann eine Polstelle und zwar mit Vorzeichenwechsel. Warum mit Vorzeichenwechsel? Einmal habe ich hier eine Annäherung für Minusunendlich und einmal eine Annäherung für Plusunendlich. Das steht hier. Also für x strebt gegen 1 und zwar x kleiner wie 1. Das ist diese Seite hier. Gilt, y strebt gegen Minusunendlich. Also wenn ich von links komme, dann habe ich Minusunendlich und wenn ich von rechts komme, Plusunendlich. Und damit habe ich einen Vorzeichenwechsel. Es gibt aber auch Polstelle ohne Vorzeichenwechsel. Diese Funktion hier. Auch natürlich wieder eine Definitionslücke bei 1. Aber schauen wir uns mal das Verhalten rund um die Definitionslücke an. Ich setze mal 0,9 ein. 1 und hier 0,9 minus 1 ergibt ja Minus 0,1. Durch dieses Quadrat wird aber das Minus 0,1 wird ja dann quadriert und wird Plus 0,01. Und 1 durch 0,01 ergibt 100. Also das heißt, bei 0,9 hat das Schaubild einen y-Wert von 100, also ein ganz stark positiver Wert. Das nähert sich hier auch wieder an. Und wenn ich rechts von der Definitionslücke schaue, 1,1 eingesetzt, dann rechne ich hier 1 durch 0,1 im Quadrat. Das ergibt auch wieder Plus 100. Das heißt, hier habe ich auch positive Werte. Ich habe von beiden Seiten, egal ob ich von x kleiner 1 komme oder x größer 1, habe ich zweimal Plusunendlich. Und damit habe ich eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel. Ich habe zweimal Plus. Es gibt noch den dritten Fall. Diese Funktion hier. Auf den ersten Blick auch wieder natürlich 1 ist der kritische Wert. Den müssen wir ausschließen, also Definitionsmenge. Aber, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, wenn ihr euch den Zähler hier anguckt, das ist doch die dritte binomische Formel. Sorry. Könnt ihr aufsplitten in x-1 mal x-1, also dritte binomische Formel rückwärts. Das muss man halt sehen dann. Und dann kann man praktisch diesen Teil hier mit diesem unten kürzen. Übrig bleibt bloß noch das hier. Und aus der gebrochenrationale Funktion ist eine ganz normale Geradewerte. Mit Achsenabschnitt 1 und Steigung ebenfalls 1. Trotzdem, sozusagen, haben wir bei x gleich 1 ein Loch hier. Das ist ja hier der ursprüngliche Funktionsterm. Und in den darf ich nach wie vor keine 1 einsetzen, weil es da nicht definiert ist. Das heißt, der Funktionsterm hier, der ging ja nur durch Umformung hervor. Aber da das der richtige Ausgangsfunktionsterm ist, ist die Funktion an der Stelle 1 nicht definiert. Das heißt, wir haben eine Gerade, die hier aber bei x gleich 1 sozusagen ein Loch hat. Das ist der dritte Fall. Okay, dann haben wir uns die senkrechte Asymptote angeschaut. Jetzt schauen wir uns noch die waagrechte Asymptoten an. Hier geht es immer darum, wie entwickelt sich das Schaubild, wenn man ganz weit nach rechts geht oder ganz weit nach links geht. Total einfach eigentlich. Ihr müsst euch praktisch von so einer gebrochenrationale Funktion einfach den Zählergrad und den Nennergrad vergleichen. Also hier haben wir ja Nennergrad 1, x hoch 1 und Zählergrad 0, x hoch 0. Hier haben wir Zählergrad 1, Nennergrad 2, also x hoch 2. Immer die Hochzahl an dem x. Und immer dann, wenn der Zählergrad kleiner ist wie der Nennergrad, so wie hier 0, 1, 1, 2, immer dann ist die x-Achse waagrechte Asymptote. Seht ihr hier, hier nähert es sich an die x-Achse an und hier nähert es sich an die x-Achse an. Hier nähert es sich an und hier nähert es sich an. Was hier zwischendurch passiert, ist egal. Es geht ja nur um das Verhalten für ganz große und ganz kleine x-Werte. Also immer, wenn der Zählergrad kleiner ist wie der Nennergrad, ist die x-Achse waagrechte Asymptote. Könnt ihr euch so erklären, also die Regel können euch das eine, aber auch so ein bisschen verstehen, warum. Wenn der Nenner einen höheren Grad hat, dann führt der zu größeren Werte. Also wenn ich irgendwas mit hoch 2 habe, kommt da langfristig immer mehr dabei raus, als wenn ich hier oben nur was mit Grad 1 habe. Aber wenn ich dann eine Zahl durch eine viel größere Zahl teile, dann bekomme ich ja einen Wert, der in der Regel bei 0 liegt. Also wenn ich eine Zahl teile, zum Beispiel 1 durch 100, dann bin ich ja schon bei 0,01. Und wenn ich dann Richtung unendlich gehe, dann wird der Nenner ja unendlich groß und damit nähern sich die y-Werte dann dem Wert 0 an. Okay, was passiert, wenn der Zählergrad dem Nennergrad entspricht? Also so wie hier haben wir 2 mal Grad 1 oder hier haben wir 2 mal Grad 2. Da entscheidet dann die Koeffiziente, die an dem x sozusagen dranhängen mit der größten Hochzahl, die stellt dann die Asymptote dar. Also hier haben wir minus 2, 3, minus 2 Drittel. Oder hier, hier an dem x hängt eine 1, an dem x hängt eine 2, y gleich 1 halb. Dann, also das sind dann waagrechte Asymptoten und das Schaubild nähert sich dann den Asymptoten an. Also wenn ich nach rechts gehe oder wenn ich nach links gehe. Genau. Und der letzte Fall natürlich noch, was ist, wenn der Zählergrad größer ist wie der Nennergrad? Also hier Obergrad 2, Untergrad 1 oder hier Grad 3, Grad 1. Dann habe ich eine Asymptote, die auf jeden Fall mal nicht waagerecht ist. Das kann sein, dass diese Asymptote eine Gerade ist, also so eine schiefe Gerade. Das kann auch sein, dass diese Nährungskurve eine Parabel ist, also hier gestrichelt eingezeichnet. Der Grad von der Nährungskurve hängt immer von der Differenz ab. Also hier habe ich ja Grad 3, hier habe ich Grad 1, die Differenz ist 2, dann habe ich eine parabelförmige Nährungskurve. Oder hier habe ich Grad 2, Grad 1, die Differenz ist also 1, dann habe ich x hoch 1, also eine Gerade als Asymptote. Genau. Falls ihr euch fragt, wie kommt man von hier nach hier? Oder von hier nach hier? Also wo hier am Anfang immer die Asymptotengleichung steht? Oder die Gleichung von der Nährungskurve? Hier für diese Umformung, das ist eine größere Sache, da braucht ihr eine Polynomdivision. Also müsst ihr euch erstmal anschauen, wie das funktioniert. Das ist ja auch im Buch dargestellt. Und dann kommt ihr von hier nach hier und der vordere Teil entspricht dann praktisch einfach der Gleichung dieser Nährungskurve. Also Asymptote ist eine Nährungskurve, die eine Gerade ist. Und wenn die Nährungskurve dann keine Gerade mehr ist, dann ist sie streng genommen, darf man dann nicht mehr Asymptote sagen, sondern muss man sie einfach allgemein als Nährungskurve bezeichnen. Und wenn die Nährungskurve dann die Nährungskurve beginnen, dann machen wir dann die Nährungskurve.